Der Südtiroler Schützenbund lädt zur Podiumsdiskussion Österreich und Südtirol in zukünftigen Europa ein. Selbstbestimmung, österreichische Staatsbürgerschaft, Grenzzäune, Schutzmacht. Ein Abend zur Erörterung der Chancen und Gefahren, welche sich im Rahmen der sich stetig ändernden Bedingungen für unser Land ergeben. Am Mittwoch, dem 9. März um 20 Uhr im Walterhaus Bozen. Es diskutieren die Nationalratsabgeordneten Johannes Rauch und Heinz-Christian Strache. Moderation Eberhard Daum und Verena Geier.